Einer von euch möchte sich jetzt ganz schnell 12% Rabatt auf den Lenovo Legion Gaming Notebook holen? Dann bleibt dran, denn nach dem Intro zeige ich euch, wie einer von euch 12% Rabatt auf den Laptop bekommt. Wir sehen uns nach dem Intro. Also, als erstes, ich zeige euch eine Karte und diese Karte befindet sich in der App Loot Boy und ich werde dieses Format auch des öfteren wieder machen, denn das letzte Mal habe ich das 2018 getan, ist schon länger her. Und zwar ziehe ich hier ständig Karten, wo ich Rabatte und teilweise auch Spiele kostenlos bekomme. Also, das nächste Video wird ein kostenloses Spiel für den Computer sein. Also, wenn ihr es haben wollt, bleibt schön dran und abonniert und liked. Mit dieser Loot Card bekommt ihr auf jeden Fall die Chance, einen 12% Rabattcode auf den Lenovo Legion Gaming Notebooks oder Bug oder was weiß ich zu bekommen. Und für den Fall, dass sich jemand mit Gaming Laptops und so weiter auskennt und den unbedingt haben will, kann er ja vielleicht mal vorbeischauen. Die Legion Gaming Laptops von Lenovo sind von außen modern und elegant und von innen ungezähmt und kraftvoll. Unerreichte Leistung, zweckmaßige Konstruktion, modernes Design, Legion Gaming PCs wurden für echte Gaming Power entwickelt. Die Eckdaten habe ich keine Ahnung von. So, und hier ist nämlich der springende Punkt. Einer von euch kann das benutzen. Aber sobald einer von euch das benutzt hat, ist der Code abgelaufen. Also solltet ihr euch diesbezüglich auch beeilen. Und der Code ist nur gültig bis zum 30.04.2020. Also solltet ihr euch diesbezüglich auch nochmal beeilen. So, ich werde jetzt den Code freirubbeln und ihr könnt den euch dann mal schon mal aufschreiben oder sehr schnell eingeben, was weiß ich. Ihr werdet jetzt schon sehen. So, das ist der Code. Die Erklärung ist, besuche den Lenovo Shop. Füge das Produkt deinem Warenkorb hinzu. Du kannst den Rabattcode im Warenkorb einlösen. Sie finden das Feld auf der rechten Seite. Gib den Code ein und drücke einlösen. Der Rabatt wird angezeigt und direkt berechnet. Also, wenn ihr jetzt diesen Code eingibt, bekommt ihr 12% Rabatt auf den Lenovo Gaming Dingsbums Laptop. Ihr wisst schon, was ich meine Notebook. Ich verstehe den Unterschied eh nicht. Aber ihr könnt ja einfach mal vorbeischauen und könnt mir ja dann mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr den bekommen habt oder wer von euch das noch geschafft hat, den Code zu bekommen. Und wie gesagt, im nächsten Video seht ihr dann ein Spiel, was ihr kostenlos für den Computer bekommen könnt. Also bleibt dran und seid schnell, denn ein Code kann nur einmal verwendet werden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin's, euer HLD Gamer und ciao.